Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du sollst an meiner Stadt über das Volk herrschen. Lange mögest du Edoras verteidigen, wenn die Schlacht schlecht ausgeht. Wir reiten mit wenig Last und schnell. Es ist ein weiter Weg. Und Mann und Tier müssen noch kämpfen können, wenn sie ihn zurückgelegt haben. Kleine Hobbits gehören nicht in den Krieg, mein Herr Meriadoc. Es ist ein Dreitagesritt nach Minas Tierritt. Und keiner meiner Reiter kann sich mit dir belasten. Das ist mein letztes Wort. Haltet mit mir. Nein, Herr. Haltet mit mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Macht euch kampfbereit! Zur Mauer! Verteidigt die Mauer! Zitt dieser abschöulichen Bestien in den Abgrund! Zieht auf die Trolle! Tötet die Trolle! Macht sie nieder! Ihr seid Soldaten Gondors! Was auch durch das Tor kommen mag! Ihr haltet eure Stellung! Zieht auf die Truhe! Ah! Was auch geschieht, bleibt bei mir. Ich passe auf euch auf. Reitet nun! Reitet zur Verdichtung und zum Ende der Welt! Geht jetzt! Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wenn du ihn anrührst, töte ich dich. Komm nicht zwischen den Nazgul und seine Weite. Komm nicht zwischen den Schrauben und den Schrauben. Oh, oh, oh. Das war's für heute. 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 Ja! 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 Der Zehrkopf sind nur als einer. 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 Mein Körper ist zermalmt. Er ist zermalmt. Ich vermag Frodo nicht mehr zu erblicken. Wenn Sauron den Ring hätte, dann wüssten wir es. Zehntausend Orks stehen zwischen Frodo und dem Schicksalsberg. Er braucht Zeit. Dazu können wir ihm verhelfen. Wie? Wir bringen unsere ganze Kraft auf und marschieren zum Schwarzen Tor. Eine Ablenkung. Den Tod als Gewissheit. Geringe Aussicht auf Erfolg. Worauf warten wir noch? Ich bin der Zehrkopf. 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 Geringe aus. Der Zehrkopf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017